Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Lernflix-Video zum Thema Parallelschaltung von Widerständen. Bevor wir starten, lassen wir gleich dein Like und dein Abo hier und dann können wir auch schon loslegen mit dem Beispiel. Hier eben ein Beispiel mit vier Widerständen, wobei von den vier Widerständen lediglich drei bekannt sind. Wir wollen aber den vierten Widerstand berechnen, damit wir im Endeffekt einen Gesamtwiderstand von 4 Ohm erhalten. Im Einführungsvideo zu Parallelschaltungen mit der Kirchhoffschen Knotenregel haben wir eben kennengelernt, dass sich der Gesamtwiderstand oder eben auch der Ersatzwiderstand ergibt aus 1 durch R Gesamt ist gleich 1 durch R1 plus 1 durch R2 R3 plus 1 durch R3 und so weiter. In dem Fall haben wir eben 4, also müssen wir noch den vierten auch dazu tun, je nachdem wie viele Widerstände ich habe. Und so könnte ich meinen R Gesamt berechnen. Jetzt habe ich aber das R Gesamt gegeben. Ich habe auch das R1 gegeben, R2 gegeben und R3 gegeben. Also sprich, ich habe eigentlich alle Widerstände außer dem Widerstand 4. Diesen möchte ich ja berechnen. Ich möchte ja wissen, welchen Widerstand oder wie groß muss der Widerstand sein, den ich hier in diese Schaltung einbauen muss, damit ich einen Gesamtwiderstand von 4 Ohm erhalte. Hier ist es eigentlich ganz simpel, einfach nur eine Äquivalenzumformung. Ich bringe alle Sachen, die ich nicht oder die ich habe im Prinzip, die ich gegeben habe, auf eine Seite. Und das, was ich nicht habe, das R4, das möchte ich ja berechnen, habe ich auf der anderen Seite eben. Somit könnte ich sagen, 1 durch R Gesamt minus 1 durch R1. Also ich bringe diesen Bruch nach links rüber mit Minus. Dann den nächsten Bruch bringe ich auch nach links rüber mit Minus 1 durch R2. Dann den dritten Bruch bringe ich auch nach links rüber mit Minus. Also 1 minus 1 durch R3. Und auf der rechten Seite bleibt eben ein 1 durch R4 übrig. Nichts anderes wie eine mathematische Äquivalenzumformung. Ja, bevor ich jetzt hier einsetze, kann ich dann natürlich auch noch das Ganze hier in Klammer setzen. Bringe dann das R4 durch Multiplikation auf die linke Seite und dividiere dann das Ganze durch die Klammer, sodass sich das Ganze im Endeffekt so darstellt, R4 steht alleine auf der Seite. Ich bringe es ja hier rüber. Dann hätte ich hier mein R4 stehen und dann dividiere ich den 1er durch den Klammerausdruck. Also 1 durch diesen gesamten Klammerausdruck mit 1 durch Rgesamt minus 1 durch R1 minus 1 durch R2 minus 1 durch R3. Und jetzt kann ich, oder jetzt würde ich erst meine ganzen Zahlenwerte einsetzen. Ja, somit ergibt sich für R4 1 durch 1 durch Rgesamt wollen wir haben 4, also ein Viertel minus 1 durch 27 Ohm für den R1 minus 1 durch 33 Ohm für den R2 minus 1 durch 47 Ohm für meinen R3. Das Ganze können wir dann natürlich mit dem Taschenrechner berechnen. Je nachdem, was du für ein Taschenrechner hast, könnte es auch sein, dass du hier noch eine Klammer umsetzen musst. Und es müsste dann ein Wert für R4 herauskommen von 6,2 Ohm. Das ist eben der vierte Widerstand, den ich hier einbauen muss, um einen Gesamtwiderstand von 4 Ohm zu erhalten. Was könnte ich hier noch berechnen? Ich könnte auch, wenn ich die Spannung weiß, könnte ich natürlich aufgrund des Ohmschen Gesetzes mein I-Gesamt berechnen. Ja, ist dann eigentlich relativ simpel. Ich habe ja, wenn wir die Spannung eben annehmen mit 24 Volt, die Spannungen sind ja in jeder Leitung gleich bei einer Parallelschaltung. Ja, also U-Gesamt ist gleich U1, ist gleich U2. Dann können wir hier eigentlich relativ schnell unseren Gesamtstrom berechnen, indem wir eben das Ohmschen Gesetz umformen. Das Ohmschen Gesetz ist dann eben U-Gesamt durch R-Gesamt. Und wir haben 24 Volt als U-Gesamt und R-Gesamt war ja gegeben mit 4 Ohm. Somit ist es 24 durch 4 und ich erhalte 6 Ampere für meinen Gesamtstrom, der hier reinfließt. Der teilt sich dann natürlich auch. Dementsprechend kann ich aber auch dann in weiterer Folge mein I1, mein I2, mein I3, mein I4 berechnen, auch mithilfe des Ohmschen Gesetzes. Ich brauche ja wiederum nur sagen, I1 ist dann eben U1 durch R1. I2 wäre U2 durch R2. Der Strom 3 wäre eben U3 durch R3. Und mein I4 wäre dann natürlich U4 durch R4. Wir wissen, in der Parallelschaltung sind alle Spannungen gleich. Somit kann ich hier überall für meine Spannung eben 24 Volt einsetzen. Die Einzelwiderstände habe ich ja zum Teil gegeben gehabt. Zum weiteren Teil habe ich mir den Widerstand 4 berechnet. Somit erhältst du hier eigentlich relativ schnell die Einzelströme. Alle Einzelströme zusammen müssten ja wieder 6 Ampere ergeben. Ja, weil der Gesamtstrom ja I1 plus I2 plus I3 plus I4 ist. Wenn du noch kein Abo dagelassen hast und noch kein Like dagelassen hast, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Und wir sehen uns dann natürlich im nächsten Video.